so hallo leute hier melden wir uns und es fing an zu legen ah während es nacht wird, melden wir uns zurück und da geh ich nur grad schlafen ja ok und es ist schon wirklich ein bisschen am lenken lenken so erkunden Prozent weil wo ist er denn Adder als auch gut ok zum Glück hab ich mir markiert weil das ist ein bisschen komplizierter Eingang aber er hat sich ein cooler Eingang jetzt ja auch zu legen bitte ey also gleich mal ich Dingens auch mal vor so wieder wenn sie sich aufhört gleich ähm tut mir leid äh und ja gut ich hab kein Peaceful ach äh äh cooler Dungeon oder? jetzt mal im Ernst ist es so ein cooler Dungeon oder? äh ne vergess es einfach äh ja jetzt hätte ich gedacht wir hätten einen Dungeon gefunden aber egal äh ok okay ähm ja und ich hab auch beschlossen dass wir hinten unser Dingens aus Cleanse zu uns machen werden also unser Gebäude weil das wird also ich finde das wieder der besten aus schalalala schalalala äh wo haben wir die Cleanstones das sind Cobblestones ach so ja hier haben wir noch Eisen dass ich einschmelzen werde jetzt komm mal äh wo haben wir denn die Cleanstones und hier haben wir noch paar Steine aber auch nicht allzu viele hm auch ja egal ähm wird schon ach komm so und ja im Längen das ist jetzt gerade auch sowas von egal weil und ich bin so viel macht jetzt nicht so nicht so wenn es einem nicht gefällt dann tut es mir leid aber ich spiele dazu zumindest mal eine Folge dann werde ich äh auch mal pausieren ja sowieso aber halt dann mal gucken ob ich es hinbekommen in den Griff bekomme so und dann mache ich noch da um die Schicht raus mit der Axt die ich nicht dabei habe äh das Ding ist okay das Problem hatte ich das letzte Mal auch ich hab sie nicht gefunden ah doch da ist nicht okay ähm ok ok es sieht wirklich aus wie so Brennholz aber der Axt sieht cool aus muss ich sagen also ich ziehe oben auf dem Dach holz ähm ok ok zack und zack ok das müssen wir jetzt halt um das Haus rum machen also müssen nicht aber ich mach so einfach einfach weil es cool aussieht zumindest auf jeden Fall mal cooler als das was wir jetzt haben ok hier noch den die Ecke auch noch aus Holz äh aus Stein ok da ist eine Leiter aufgefallen ok da geh ich grad mal reingucken äh hochrücken äh hochrücken schön ok oder kann ich hier von oben auch grad weiter bauen das geht dann besser als wenn ich unten weiter baue ok schalala schalala la 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 die Strenke kein m ok ich weiß nicht was ich sagen wollte also es ist auch egal und ja ich weiß hier muss auch noch Dingens ok nur dazu wird es nicht mehr reichen ne 1 fehlt glaube ich noch ja 1 fehlt äh so und so ok ok ist eigentlich ganz in Ordnung das Haus da werde ich offscreen bisschen probieren wie ich das jetzt baue ähm aber aber das werde ich jetzt halten dafür werde ich jetzt nicht hier meine ganze ähm äh äh Dingens Zeit verschwinden hier im Display ja ok ok und zum Haus war das jetzt eigentlich alles nur ich bin grad am überlegen äh ja ich geh das grad mal probieren an das äh äh ans äh da haus dingens ums Kirchens das 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 alter ich brauche diese halben halb selbst und kann die heißen die geben so 3 ne 4 brauche ich also mach ich mir 6 weil ich hier keine andere Optionen habe außer 6 zu machen ok ich kann auch 9 machen aber das bringt nix also das das ah egal vergiss es so und jetzt äh was 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 brauche ich noch äh Zäune 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 komm zwei Zäune bekomme ich ich brauche 4 4 Zäune bekomme ich auch hin aus und das so 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 hier hin okay ich brauch doch ein bisschen mehr als gedacht nur seit zwei Jahren also jetzt ja doch was gebraucht ne ja hey cool es ist ja nicht so als hätten wir schon genug und aber so ich meine wenn er will hey vielleicht da ey du asit hä hab ich grad die Frage wo hatte ich die ganze Dinger her grad da ist noch einer das noch einer das noch einer das noch einer das noch einer ich hab grad gesehen komm her ja